ARD Text im Auftrag von Funk Seit 35 Jahren verheiratet die zwei Süß, oder? Ja Mindestens Okay? Okay Hast du gesehen? Hast du auch gesehen, was ich wieder an die Wand gemacht habe? Nein Oh Bin ich da scheiße? Bin... Ist mir scheißegal Oh, ich bin jetzt bleibig Du zockst überhaupt nicht selber, oder was? Wie, was, wer, wo, wo? Ja, du Ja, selten, wie gesagt, wenn man in der Internetleitung Kannst du das im Moment so ein bisschen vergessen Du bist lieber so Ronnys wie uns zu, ja Oh, 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 oh Wie gesagt, wenn ich einen Ping hab von was-wiss-ich-nicht-was Sonst bringt der dann auch nischt Ja, nischt bringt das Ja nischt, meiner steigt gerne mal bis auf 600 hoch Geil Gestern hatte ich ein Rekord 5300 Platz Hammer Übelst geil Immer wenn Leon's Mama nicht schnell genug strampelt Dann muss deinen Einsatz leisten, mein Freund Der war gut Kann man das schon bauen, Jack, oder ist das noch nicht bauen? Kann man bauen Bauen Ein, zwei Schüsse, zwei Hits Weil im Moment hab ich bloß einen Stream an Und ich hab selbst im TS, hab ich einen Ping von 135 Ohne dass ich irgendwas anhab Ich bin über mich selbst überrascht Hebe das scheiß Ding doch auf jetzt Hab ich aber auch oft Bei welchem Anbieter bist du? Ah, Alter, glaub ich hab den dümmsten Charakter ausgewählt Telekom Telekom Ich hab schon gedacht, jetzt kommt auch Telekolumbus 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 Boah, der hat aber ein dickes Teil Was hat denn der da? Hat er dir gerade mal genüsslich eingeführt, wa? Kleiner Homo Noch nicht Kuba Boy, ich grüße dich und dankeschön, dass du mir folgst Ah, noch einer Dankeschön Ah, ha Boah Boah Ich will ja auch füllen, der Wichser noch zocken Ich weiß nicht mal wie weit das weg ist Ich möchte gerne Architekt Jack, denkst du an das Essen auf dem Grill? Nein Ich hab schon gegessen Alles Alles? Hätte sehr sagen müssen Alter, lass mich doch hier los, Junge Scheiße rasiert Ich hab einen braunen Helm Mit einer weißen Kleidung Mit einer grünen Weste Mit einer Camo-Weste Mit einem grünen Rucksack Ich seh aus wie ein Bimbo, Alter Hmm Hmm Leon Was sagt dir das? Hämtsch Oh fuck Hämtsch Ich drück die falsche Taste Oder was? Oh wirklich Yolo-Boy Ich stell mich unter den Baum Und den Rest im Moment noch weg Boah Schön Leon Ja, ich hab auch wieder einen Das war der Kann man hier im Magazin irgendwie kombinen oder so? Glaub ich ja noch mal Steps Guck mal Tab, Allemann Also drück mal Ja, ich muss noch einer Manchmal kann man das mit dem Inventar machen Automatisch von Arma aus Na komm Und Leon, du kannst mich ja gerne in Arma mal einführen Wenn ich nächste Woche frei habe Was hab ich? Dienstag, Mittwoch, du musst da frei Kannst du dich gerne im Anus mal einführen Wah Check einfach, bitte Ich war grad am Schreiben Von Leon lässt du dich am besten nicht in Altes Live einführen Wie, was soll das denn? Seien gegen wie man überlebt, Alter In Altes Live, ja? Wie man zum Markt geht, Wasser und Essen kauft oder was? Wie man sich vor den Bösen überfallern Wenn man sich schon gegen Werden kann gegen die Bösen Ja, alles klar, weiß Bescheid Na ich sag mal so, es muss nicht unbedingt im Stream sein Ich will mich nicht verlieren Ich hab kein Bob mehr heute zu hacken Was? Ich will mich einfach mal den Ausblick genießen zu zweit Bin wir komplett zu kurz in unserer Beziehung Wir sind immer nur am Arbeiten, Jack, sehen uns immer nur abends Schatz, gekocht hab ich nichts, aber gucke wie ich da liege, ne? Was ist altes Live, so treibt Kolbi Alles klar, Kolbi Heute schon wird das echte Bonbons gegönnt Und Jack, sieht das gut aus, was du da machst? Kracher Das ist ein echtes Bonbon Granate Nö Doch, doch Ach, der hatte ne L85A2, ist sie gut? Ähm, wir müssen uns einen Weg aufs Boot machen Lass du doch über, oder? Wurzsteg, meinst du? Übrigens, ähm, ich kann ja verstehen, dass ich den Ausblick genieße, das schöne Wetter und so Mittlerweile ist die Nacht und es regnet, ne? Du kannst auch nicht stehen Wo bist du denn? Oben Ja, was ist denn? Ich baue Jetzt sag nicht, ich bin in der Na weh, du ist grad auf kurzem Scheiße Was denn? Ich bin halt komplett in dieser scheiß Zone dran Oder? Ich bin grad noch so am Rand, ich muss hier weg Ich hör die Zone sogar Ich bin am nördlichen Rad Dann, na ich bin östlich Wenn der Östlich nach vorne auf den schwarzen Kreis gehst, genau da geh ich grad hin Sag mal die Position durch Ich bin bei 79,188, neben mir sind Schüsse Ich bin bei 67 Bist du eigentlich auch hören 194 Also nicht so weit weg, vielleicht 600 Meter oder so 194 1,3 Kilometer von mir weg Da liegt einer Warum war das bitte kein Headshot, Alter? Ne Lauf ja so leise, Alter Du hörst nix, das geht DICK 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 Junge Willst du jetzt doch zusammenspielen oder was? Ich weiß nicht, wir können uns ja zumindest bis zum Ende nicht aktiv töten Ist mir eigentlich egal Dann am Ende wer gewinnt der der mehr gekillt hat oder was? Oder wir stellen uns an die Weiten rein Ne ne lass einfach wieder für sich spielen Alles klar So dass wir jetzt wissen wo der andere ist Ja Ich hab mir deine Position eh nicht gemerkt Es juckt's mich wo du rumlungen hast Ich hab mir deine markiert aber jetzt hab ich mir die Mitte markiert Ach Arma ist schon toll Ah Pinke lassen Nehm Ich hab viel Shit gefunden ey, ich bin gar nicht mal so schlecht ausgerüstet Ich hab aber leider nur ne taktische Weste und ne 5 und 6 da Wenn wir nicht nochmal laufen müssen Bitte helfen sie mir Boah und ich schieß aus Versehen oder was? Hast du noch die entfielt oder so Alka? Ne Hey Ich bin auch so sehr auf meine linke Maus hast du gekommen Der bösen Finger, oder? Der bösen Finger, oder? Der bösen Finger, oder? Der bösen Finger, oder? Absolut kriegt mein Sanlut ja wieder Der bösen ist dann gar nichts Auf dich wird gerade nicht geschossen, oder? Besonders daran. Hä? Oh, ich bin so vertraut. Ich liest gerade auf dich. Ah, du bist das. Na komm, lass ich dich ausnahmsweise mal am Leben. Na, mach weiter. Ne, mach weiter, ich brauch das. Gleich der erste Schuss hat getroffen, 500 Meter oder so waren das. Ja, ich hab den anderen Typen auch getroffen. Spielt ihr immer aus Ego-Perspektive? Ne, mag ich nicht so. Ich schieße noch mehr auf mich. Was sieht er aus? Ich hätte, glaube ich, gerade nicht schießen dürfen. Ne, das war schon wieder ich. So, warum schießt du auf mich? Ich bin hinterm Lein. Sieht er mich? Ich hab dich gerade noch in der Buschlau gesehen. Oh, Alter. Und da ist vielleicht ein rotes Kästchen gesehen, aber... Sieht er mich? Steht direkt vor mir, Gigi. Wie kann ich mich denn wieder heilen? Ich dachte, du bist in den Busch gelaufen und hast dich geheilt. Ich hab gar nichts zum heilen. Ach, guck mal, was macht denn der da? Ich hab nichts zum heilen, das ist scheiße. Dieser kann Hatshotter nicht sein, ey. Backchelle. Ziemlich über die Hälfekästen. Vier Stück. Alles klar. Na komm. Oh, guck mal, Rehe. Auf was nimmt man Pan-Killer und auf was nimmt man Red Bull? Ich sage, wo du es hingelegt hast. Ja, aber welche Boost? Selbe Taste. Was meinst du? Ne, ne. Zum Beispiel ist Pan-Killer Boost 4 oder Boost 5 oder Boost 6. Es gibt nur einen Boost, mate. Headshot. Kick. Okay, irgendwas gebe ich mir gerade. Kick bekommen oder was? Ne, aber ich will spielen, nicht minimieren. Das ist ein Mensch. Mit auf jeden Fall viel Wert auf Religion gelegt in dem Spiel. Ja, jetzt habe ich eine CZ mit 762-Armonie, Junge. Auf geht's. War leider kein Child-Demper. Oh, einmal 40 kam. Das war ein Kuschuss. Das klingt jetzt nicht so viel. Ich kann mal kennen, wie viele FPS ich habe, Alter. Das ist so scheiße flüssig. Guck mal, wenn man sich gar nicht bewegt. Gibt man trotzdem. Echt? Ja. Musst du dich wieder überleben. Ja, gut. Ich bin übrigens nicht einmal gestorben. Sehr ordentlich. Ich muss nur da gerade auf diesen Typen. Übergeben. Nö. Übergeben. Warum Chess unten? Doch, danke Mann. Ah. Wer ist seine Tochter? Elf Monate. Elf Monate. Eine Wasser. Eine Wasser. Was ist das? Eine Wasser. Alles klar. Ich werde auf einmal von der Seite von drei Leuten geschossen. Auf einmal. Easy teaming. Three dreams are made of these. Who am I to disagree? Everybody's looking for something. X-83, verdammte Pelle. Oh, es regnet. Jack, wir haben Freunde. Fish. Keep your head up. Moving on. Keep your head up. Moving on. War fast in deinem Stein. Ich lenke sie ab, Jack. Werde ich ja gerne zerrissen. Was mit deinem Gesinge? Nein, nein. Haha. Haha. Well played. Boom, jonget. Werb's hier. Move, bitch. Get out the way. Oh, ja. Nein, nein, den ich aufheben kann, eh ja. Und jetzt werdet mal fertig da mit eurem Häuschen bauen. Der Typ, auf den ich geschossen hab, der ist gestorben. Wer macht denn mit, Altes? Jack macht doch bestimmt auch mit. Da bin ich richtig Bock drauf. War ironisch denn. Ja, macht man das so. Wollte, aber... Ich bete, die Tür geht da nicht mehr auf. Ach, rolle schwelle. So, wollen wir nochmal reinfangen? Vito? Ja? Du hast keinen Bock, ne? Und meine Motivation ist gerade auch ziemlich weit unten. Darum macht's nicht viel, sind 214 Stücke jetzt kaputt zu hauen hier, 214 Bahnen. Ich bin froh, dass du deine Meinung zuerst an den Tag gelegt hast. Ich kann dir da wenig zustimmen. Obwohl, das hat schon Spaß gemacht. Was denn? Oh, warte mal, ich wollte hier hin. Ja, hier so unser Zeug. Ja. Der kriegt nen Headshot und stirbt nicht, oder was? Ist verbaut. Ja, geil. Ich hab die Thema gefunden. Zwei von denen hab ich. Das sieht jetzt genauso aus, wie du das vorher gebaut hast. Ja. Und es ist auch genauso in der Höhe nicht richtig. Wie du siehst. Warum denn? Weil's total buggy ist beim Bauen. Oh ja. Ja. Er setzt die halt immer auf den Fuß. Und davor kannst du es nicht setzen. Nein. Sicherheit geht vor, lass die Tür lieber zu. Nachher fällt dann noch einer rum. Mach das nochmal weg. Ist ja scheiße so. Ja, bauen wir jetzt noch oder nicht? Nein. Gut. Also, locken wir aus. Aber wir speichern, oder? Machen das sowieso nie weiter. Ne? Ne, ganz ehrlich nicht. Okay, und was... Warum ist es schlimm, dass wir es speichern? Ja, nö, gar nicht. Ist ja schlimm. Lass mal stehen. Nicht du. Boah! Das war doch ein Hit. Come on, geh auf den Boden. Fuck. Mein Speer. Nobody gave me mine. So, noch einer tot. Digga, mein Herz leckt meine Eier. Du mein Speerchen geplumpst. Darunter geplumpst. Beck, ich habe übrigens auch was gebaut in der Zeit, wo du... ...da warst. Oh. Das war's mit mir. Kill yourself. Kill yourself. Go kill yourself. Entschuldigung. Das sind Painkiller... äh, Leon. Hä? Das sind Painkillers, die äh... Was denn, Jack? Bitte? Was denn, Hölle? Ich, äh, guck gerade, ob's vielleicht doch irgendwas gibt, um das zu fixieren. Warum... Was ist mein Lebensbalken? Der Rote. Ich glaub, bei mir ist es der Grüne, aber... Weißer ja, hey! Ich muss mich einfach, glaub ich, nochmal beinerschauen. Oh, nö. Oh, nö. Da bist du, du Wichser, komm her. Komm her, zeig dich, zeig dich. Zeig dich. Was? Konne ich ein anderes hinschießen, als in den Shells? Komm! Denk ich ihn rein, muss das auch. Noch ein Hit. Du... Und ich hab mein Magazin leer und daneben geschossen wie ne Hure. Oh! Oh! Allemann killt Paolo. Friendly fire. Was? Oh! You are a battle royale winner! Congratulations, motherfuckers! Oh, nur los! Ja, los los! Ich hab das komplette 3-team zerfickt, was da los? Was so? Hä? Alles aufgeräte, kann ich dir gleich zeigen. Das 14-team zerfives? Nick. Das 15-team